Willkommen! Um die neuesten Entwicklungen und exklusive Berichte über den von Israel geführten Krieg nicht zu verpassen, können Sie unseren Kanal abonnieren. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, IDF, haben vor kurzem den Startschuss für eine umfassende Bodenoffensive im Norden und Süden des Gazastreifens gegeben. Dutzende von Merkava-Kampfpanzern und gepanzerten Fahrzeugen wurden auf der Saleh-Aldin-Straße, die auch nördlich von Khan Yunis vorbeiführt, gesichtet, um Jagd auf Hamas-Terror-Mitglieder, ihre sogenannten Kommandanten und Anführer zu machen. Die Entfernung zwischen diesen beiden Orten beträgt etwa zwei Kilometer. Dies bereitete der Hamas-Terror-Organisation große Sorgen. Daher versuchte die Terrorgruppe verzweifelt, die Aufmerksamkeit Israels abzulenken und die Spannungen vom Gazastreifen auf das Westjordanland und Ostjerusalem zu verlagern, wo die Hamas-Organisation ihren Sitz hat. Mit anderen Worten, sowohl in Ostjerusalem als auch in den Gebieten in der Nähe des Westjordanlands kam es zu einer Flut von terroristischen Aktivitäten. Das Zusammentreffen der Merkava-Panzer der israelischen Armee, die eine Bodenoffensive in Richtung Khan Yunis starteten, mit der Eskalation der terroristischen Aktivitäten im Westjordanland und in Ostjerusalem, war in der Tat bezeichnend. Angesichts dieser verräterischen Strategien behielt die IDF jedoch den Schwerpunkt ihrer Truppen im Gazastreifen bei und verlagerte einige ihrer Unterstützungsteams aus Gebieten nahe der südlibanesischen Grenzlinie ins Westjordanland und nach Ostjerusalem. Die terroristischen Aktivitäten in diesen beiden Städten, die in den sozialen Medien zu schwarzer Propaganda geworden sind, funktionieren in der Regel folgendermaßen. Terrorsympathisanten versuchen, israelische Streitkräfte anzugreifen. Die Hamas-Anhänger wenden dann die Rückzugstaktik an. An dieser Stelle beginnt der eigentliche Film. Zunächst greifen Hamas-Anhänger israelische Soldaten an, und wenn sie während des Gegenangriffs der IDF zu fliehen beginnen, nehmen sie diese Momente auf Video auf. Diese Videos werden in den sozialen Medien unter dem Vorwand verbreitet, dass die israelische Armee Hamas-Sympathisanten im Westjordanland und in Ostjerusalem ohne ersichtlichen Grund angegriffen hat. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus als das, was in den sozialen Medien gezeigt wird. Kein Militär eines Landes würde diese Art von Gewalt ohne Grund anwenden. Die israelischen Streitkräfte haben also ihre Gründe. Aus diesem Grund nimmt die IDF ständig Hamas-Sympathisanten in Ostjerusalem und im Westjordanland ins Visier, die sich hinter Aufwiegelungsangriffen verstecken und behaupten, dass diese Angriffe tatsächlich unprovoziert seien. Das jüngste Beispiel dafür war die jüngste Mitternachts-Razzia, der IDF in der Stadt. Die IDF-Truppen drangen zeitgleich mit der Operation in der Morgendämmerung in die Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem ein. Die Hamas-Anhänger wurden von den dramatischen Verhaftungsaktionen der IDF überrascht. In den letzten 24 Stunden wurden bei Razzien des israelischen Militärs im Westjordanland mindestens 40 Hamas-Sympathisanten verhaftet. Nach Angaben der IDF wurden die meisten der Verhafteten in den Städten Bethlehem und Jenen festgenommen. Außerdem wurden zehn Hamas-Mitglieder aus dem Gazastreifen verhaftet. Einer von ihnen soll ein ranghohes Mitglied der Hamas-Terrorgruppe gewesen sein. Es ist wahrscheinlich, dass er einer der sogenannten Kommandeure der Hamas war. Nach der jüngsten IDF-Operation wurden die Zahlen der bisher verhafteten Hamas-Anhänger langsam beckernd. Insgesamt geben die IDF an, bei der jüngsten Razzier mehr als 35% d'Or, Terror-Sympathisanten festgenommen zu haben. Vor dem Ausbruch des Gazakrieges wurde die Zahl der Hamas-Anhänger in israelischen Gefängnissen auf rund 5200 geschätzt. Unterdessen wurden die Razzien der IDF in der Morgendämmerung in Ostjerusalem fortgesetzt. Terror-Sympathisanten wurden überrascht, als die IDF gleichzeitig mit dem Westjordanland in Ostjerusalem eindrangen. Im Terror-Camp Kalandia in der Nähe von Ostjerusalem eskalierten die Spannungen, nachdem sich ein Hamas-Anhänger den israelischen Streitkräften widersetzt und sich geweigert hatte, sich zu ergeben. IDF-Kräfte neutralisierten das Hamas-Terror-Mitglied, nachdem es sich geweigert hatte, sich zu ergeben. Die IDF-Kräfte mussten auch einen weiteren Hamas-Anhänger in der Nähe dieses Terror-Camps neutralisieren. Bei dieser kritischen Operation wurden beide Terroristen ausgeschaltet. Mit diesen beiden Terroristen beläuft sich die Gesamtzahl der von den israelischen Streitkräften seit Beginn des Krieges neutralisierten Hamas-Sympathisanten auf 260. Dank dieser Operationen haben die IDF der terroristischen Ideologie, die die Hamas im Westjordanland und in Ostjerusalem zu verbreiten sucht, einen schweren Schlag versetzt. Die Hamas hat mit Unterstützung von Terrorgruppen wie dem islamischen Dschihad versucht, in diesen Gebieten eine feindselige Haltung gegenüber Israel zu erzeugen und extremistische Aktionen durchzuführen. Doch dank des jüngsten Eingreifens der IDF ist die Lage im Westjordanland und in Ostjerusalem unserer Meinung nach nun unter Kontrolle. Neben diesen Verhaftungsaktionen steht auch die Frage auf der Tagesordnung, wie Israel nach seinen laufenden Bemühungen im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen vorgehen soll. Derjenige, der die Ungewissheit in dieser Frage beseitigt, ist der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu erklärte, dass die Armee die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen auch nach dem Ende des Krieges gegen die Hamas unbefristet aufrechterhalten müsse. Dies geschah, nachdem die israelische Armee bekannt gegeben hatte, dass ihre Truppen in Khan Yunis, der zweitgrößten Stadt des Gazastreifens, eingedrungen waren, um die Terrorführer der Hamas in diesem Gebiet auszuschalten. Zum Zeitpunkt von Netanyahus Äußerungen setzten die IDF ihre Razzien im Westjordanland und in Ostjerusalem fort. Der israelische Ministerpräsident sprach also zu einem sehr kritischen Zeitpunkt darüber, was die Soldaten seiner Armee nach Beendigung dieses Krieges tun sollten. Andererseits sagte der israelische Ministerpräsident auch, dass die Kriegsenstrengungen seines Landes im Gazastreifen durch humanitäre Bemühungen unterstützt werden. Auf die Frage nach dem möglichen Verlust von Druckmitteln gegen die Hamas, wenn Israel mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lässt, antwortete Netanyahu, dass mehr humanitäre Hilfe geleistet werden wird, und wies darauf hin, dass Zusammenbrüche wie Krankheiten, Epidemien und Grundwasserinfektionen den Kampf beenden wurden. Der israelische Vertätigungsminister Joav Galland äußerte SIG, ebenfalls kritisch, zu diesem Thema. In einer Erklärung betonte Joav Galland, dass Israel das Recht habe, bestimmte Dinge im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe zu fordern, darunter die Erlaubnis für das Rote Kreuz, die im Gazastreifen verbliebenen israelischen Geiseln zu besuchen, oder zumindest die Erlaubnis, einige wichtige Güter wie Medikamente zu übergeben. Wie lange wird dieser Krieg noch andauern? Und wann wird die IDF ihre Bodenoffensive im Süden beenden? Diesbezüglich teilten US-Beamte wichtige Details mit. US-Beamte gehen davon aus, dass die derzeitige Phase der israelischen Bodenoffensive gegen das südliche Ende des Gazastreifens bis Januar andauern wird. Und dass die israelischen Truppen wahrscheinlich Strategien anwenden werden, die sich auf bestimmte Hamas-Terroristen und Anführer konzentrieren. Es wird erwartet, dass diese Strategie abgeschlossen sein wird, bevor die IDF zu einer weniger intensiven, stark lokalisierten Strategie übergehen wird. Einige hochrangige Vertreter der US-Regierung behaupten jedoch, das Weiße Haus sei sehr besorgt darüber, wie sich die israelischen Operationen in den nächsten Wochen entwickeln werden, wenn der Krieg dieses neue Terrain betritt. Der Grund für diese Besorgnis war die Möglichkeit, dass die Terrororganisation Hamas im Süden des Streifens ebenso wie im Norden Bewohner als menschliche Schutzschilde einsetzen könnte. Diese verretterische Taktik wird von der Hamas seit Beginn des Krieges angewandt. Die IDF arbeiten jedoch weiter an diesem Thema. Die Zahl der von den IDF an die Bewohner des südlichen Gazastreifens, verteilten Broschüren und neuen Karten hat zugenommen. Die Bewohner des südlichen Gazastreifens sind nun besser darüber informiert, was die Hamas tun wird. Diese Warnung und Karte zeigt Evakuierungszentren für den Fall von Hamas Terroranschlägen. In den letzten Tagen hat die Zahl der Menschen, die aus dem südlichen Teil des Streifens fliehen, stark zugenommen. Die IDF erreicht also langsam ihr Ziel. Danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Sie können unseren Kanal abonnieren, unsere Videos mögen und auf den Superdenke-Button unten klicken, um die aktuellsten Videos nicht zu verpassen, die von unserem Team mit den neuesten Entwicklungen an der Front und exklusiven Berichten über den von Israel geführten Krieg und alle Konflikte im Nahen Osten vorbereitet werden.